Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was denn jetzt du hörst? Sie lassen ihn laufen, oder? Es tut mir leid. Er ist schuldig. Wir können ihn nicht einfach gehen lassen. Wir werden ihn kriegen. Egal wie. Ray. Jess. Ich hab ihn. Es gibt 696.000 weiße Männer in unseren Gefängnissen. Weil man sich jeden Abend 1906 Gesichter ansieht, hat man in einem Jahr alle durch. Und das hab ich getan. 13 Jahre lang. Rollen Sie den Fall wieder auf. Ich könnte es nicht aushalten, wenn er wieder davon kommt. Können wir das nicht etwas weniger offiziell angehen? Gerechtigkeit. Das bin ich meiner Tochter schuldig. Wir müssen den Kerl finden, und zwar vor Jess. Sie wird nicht aufhören. Er kann seinen Job hinschmeißen. Er kann seinen Namen ändern. Er kann seinen Wagen verschrotten. Er kann machen, was er will. Ich finde ihn. Was für Ihnen war. Ich bin der Herz für mich. Untertitelung des ZDF, 2020